Dann sind wir da. Gibt's heute nicht mehr. Deswegen kann ich das, glaube ich, sagen. Bei Bilka. Da habe ich einmal in meinem Leben geklaut ein Labello. Du bist Alessio. Wie geht's jetzt? Geil. Warum machst du denn hier? Ich wohne immer noch hier. Du wohnst immer noch hier, oder was? Wir haben damals als Kinder viel Unfug getrieben. Ja, aber es ist verjährt. Das ist schön. Und du hast einen Fahrrad jetzt, oder was? Ja, auf jeden Fall. Mach's gut. Das ist meine alte Schule gewesen. Ich habe richtig Angst, weil ich denke, hier ist noch ein Deckel offen oder irgendwas, dass ich nachsitzen muss. Ich würde euch auch bitten, dass wir jetzt woanders hin gehen.